Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute geht es um die Raumfahrt-Highlights des Jahres. Viel Spaß! 2021 war ein großartiges Jahr für die Raumfahrt. Eigentlich für die letzte Dezemberwoche geplant, musste der Jahresrückblick leider aus familiären Gründen ausfallen. Ich habe dir heute nochmal die wichtigsten Raumfahrtereignisse und Statistiken zusammengetragen. Wer meine Livestreams kennt, wird schon öfter meinen Ausspruch gehört haben, dass wir gerade unseren Apollo-Moment erleben. Also ein Moment, in der die Raumfahrt zum nächsten großen Sprung ansetzt. Etwas, das, wie ich finde, doch viel spannender ist, als nachträglich über die Errungenschaften zu schwärmen. Lieber mitfiebern, wie sich dem Menschen neue Horizonte eröffnen. Das Feuer anfachen und nicht die Asche anbeten. Wir schauen uns heute an, wie viele Raketen gestartet sind, aber vor allem, was alles gestartet ist. Beziehungsweise die Highlights an astronautischen Missionen, wissenschaftlichen Missionen und besonders spektakuläre Starts. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir mein Raumfahrt-Jahresrückblick gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonnier doch gerne meinen Kanal. Denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Naja, und am Wochenende immer meine Raumfahrt-News. Passend zu meiner Apollo-Moments-Phrase war 2021 tatsächlich das Jahr der meisten erfolgreichen Raketenstarts in der Geschichte der Menschheit. Der nun eingestellte Rekord von vorher 122 erfolgreichen Orbitalflügen ist noch aus dem Jahr 1967. 2021 waren es sage und schreibe 135 erfolgreiche Starts. Das heißt aber auch, es hat 55 Jahre gedauert, bis die Raumfahrt wieder den gleichen Drive hatte wie 1967. Das gibt ganz gut die Stimmung in der Community wieder. Hey, wir waren in den 60ern auf dem Mond und die letzten 50 Jahre, da sind wir astronautisch gerade mal so ein paar Kilometer von der Erde in Nure entfernt. Ja, rein technisch gesehen kann man mit einer Soyuz schneller zur ISS fliegen, als mit der Bahn von Hamburg nach Frankfurt zu fahren. Potenziell lebensbedrohlich und hochkomplex. Nein, ich rede jetzt nicht von der Bahnfahrt, sondern von Flügen zur ISS. Ja, dort wird mit Sicherheit grandiose Forschung betrieben. Aber seien wir ehrlich, Entdecker im 21. Jahrhundert, die stellen wir uns doch ein bisschen anders vor. Da kann man schon ein bisschen verstehen, dass der deutsche Sprachraum sich noch in einem Raumfahrt-Dornröschenschlaf befindet. Es braucht den Aufbruch, den Wagemut und das Verwiegene. Aber das deutsche Hashtag Team Space steht ja bereit, um euch mit viel Begeisterung und abgefahrenen Fakten aus der vergangenen, der aktuellen, aber auch der zukünftigen Raumfahrt wach zu küssen. Und dafür war das Jahr 2021 mit spektakulären Missionen und Starts auch einfach sehr gut geeignet. Hier nun meine Highlights 2021, angefangen mit der ISS. Bei allem Geunke, was astronautische Raumfahrt nur in den niedrigen Erdorbit betrifft, kann natürlich auch die ISS noch begeistern. Schon irgendwie abgefahren. Russland hat tatsächlich mit Soyuz MS-19 eine zweiköpfige Filmcrew mit der Schauspielerin Julia Peresild und dem Regisseur Klim Schepenko zu ISS geflogen, um da den ersten Spielfilm im Weltraum zu drehen. Eine der wenigen Sternstunden in der sonst in 2021 von Pleiten, Pech und Pannen verfolgten russischen Raumfahrt. Und mit einem Antisatellitentest ein rotes Tuch in der Community. Ich muss leider sagen, 2021 war auch für mich das Jahr, in dem ich den Glauben an die russische Raumfahrt ein bisschen verloren habe. Und da wir gerade bei der ISS sind, darf da natürlich der Judewurf des letzten großen ISS-Moduls nicht fehlen. Nauka, ich hoffe ich spreche das jetzt endlich mal richtig aus, hat nach dem Andocken einfach mal so die gesamte Raumstation, das teuerste Bauwerk der Menschheit, unkontrolliert durch die Gegend gedreht. Auch wenn alle beteiligten Raumfahrtbehörden sichtlich bemüht waren, die Wogen zu glätten und den Vorfall, naja, so ein bisschen herunterzuspielen, war das definitiv ein schwerer Vorfall. Und wäre das nicht schon peinlich genug, passierte nur drei Monate später am 15. Oktober etwas ganz ähnliches, als Sojus MS-18 bei einem Test der Steuerdüsen unkontrolliert feuerte und die ISS um 57 Grad verdrehte. Wie gesagt, 2021 war für alle Welt sichtbar, dass die russische Raumfahrt unter massiven Problemen leidet. Aber zu positiveren Themen. Für den deutschen Sprachraum mit Sicherheit das ISS-Highlight schlechthin, der Start des ESA-Astronauten und Saarländers Matthias Maurer zur ISS. Der erste Deutsche, der den Crew Dragon von SpaceX geritten hat. Maurer ist noch bis Ende April auf der ISS und widmet sich unter anderem seiner kosmikismischen mit 35 Experimenten. Also wenn die jetzt sogar Saarländer ins All fliegen lassen, ist wirklich ein neues Zeitalter in der Raumfahrt. Die kleine neidische Spitze sei mir als gebürtigem Rheinland-Pfälzer bitte verziehen. Aber Raumfahrt für alle bringt uns zum Thema Tourismus oder Raumfahrt für fast jeden Menschen. Wir hatten so viele touristische Missionen wie noch nie seit Anbeginn der Raumfahrt. Klar stand es hauptsächlich unter der Überschrift Superreiche fliegen ins All. Und die Sinnhaftigkeit wurde landauf, landab ja viel diskutiert und in Frage gestellt. Aber da fehlt uns Deutschen glaube ich ein bisschen die Fantasie und die Weitsicht. Der motorisierte Flug war zu Anfangs auch ein Vergnügen und Privileg von Ultrareichen. Heute kommt die Luftfahrt Milliarden von Menschen zugute. Etwas, das wir bei vielen Technologien sehen. Bevor sie der breiten Masse zugute kommt, sind sie einer Elite vorbehalten. Ich will jetzt nicht über soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz reden, obwohl das natürlich sehr, sehr wichtige Themen sind. Mich und vermutlich Millionen von Menschen inspirieren diese touristischen Weltraummissionen und lassen einen ja doch träumen, dass man selbst vielleicht mal die Erde von außen betrachten kann. Für mich ist jeder Kindertraum wert, gehört zu werden. Bei vielen Kritikern bin ich mir da nicht so sicher. Aber was hatten wir denn für touristische Flüge? Ja, gleich zwei Erstflüge von Raketen mit Menschen waren dabei. Meine Nummer drei, der erste Touristenflug mit einem privat entwickelten Raumschiff. Der Start von Spaceship Two. Verlässt sich über die Zulässigkeit der Flughöre streiten. Richard Branson konnte aber definitiv auf seinem Supermetallflug Schwerelosigkeit und einen großartigen Ausblick auf die Erde genießen. Wenn auch nur für ein paar Minuten. Meine Nummer zwei, die nächste Privatfirma, der ein Flug an die Grenzen des Weltraums gelang. Ja, war nur eine Woche später Blue Origin von Jeff Bezos. Im Gegensatz zu Bransons Flug steht hier die Zulässigkeit als Weltraumflug nicht zur Debatte. Da deutlich über 100 Kilometer, also der Karmann-Linie, geflogen wurde. An Bord der vollautonomen New Shepard-Rakete war der Amazon-Gründer Jeff Bezos selbst mit seinem Bruder, der Luftfahrtlegende Wally Funk und dem Niederländer Oliver Damon. Wie der Flug des namensgebenden ersten Amerikaners im All Alan Shepard war auch dieser Flug ein Suborbitalflug und war nur wenige Minuten. Mein touristisches Weltraum-Highlight überhaupt auf der Eins, der Start von Inspiration Four. Der erste Weltraumflug einer Crew bestehend aus lauter Amateuren. Menschen wie du und ich. Zwei Frauen, zwei Männer und darunter der erste Mensch mit einer Prothese im All. Dazu noch weit höher als die ISS. Etwas, das Menschen seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht haben. Da wurden auf einen Schlag so viele Klischees gebrochen, wie Astronauten zu sein haben, das einem ganz warm ums Herz wird. Das Ganze finanziert von einem Multimilliardär, Gerald Isaacman, und als große, wohltätige Spendenaktion vermarktet. Natürlich alles sehr, sehr amerikanisch, aber wenn ich dann so Dinge höre, wie man hätte die Kosten für den Flug einfach direkt spenden sollen und den Zirkus lassen, da bekomme ich wirklich Pickel. So etwas Kleinliches und Uninspiriertes. Der Flug wird verdientermaßen in die Geschichte eingehen und ich würde mal schwer davon ausgehen, dass zukünftige Generationen sehr wohlwollend auf dieses Ereignis schauen werden. Und wenn die Zukunft der Raumfahrt, die ich mir erträume, wahr wird, wird man Ereignisse wie dieses als den Ausgangspunkt für das neue Zeitalter ausmachen. Den aktuellen Kritikern wird man sich bestenfalls zeithistorisch widmen, um nachfolgende Generationen zu vermitteln, wie Menschen damals 2021 trotz all der Zeichen auf Disruption nicht greifen konnten, was da gerade um sie herum epochales passiert. Genug gesülzt, du merkst, ich habe mich durch Inspiration4 inspirieren lassen und ich würde mir wünschen, dass wir uns noch mehr mit inspirierenden Menschen und Ereignissen beschäftigen, als mit Kritikern, die selbst meistens nichts auf die Kette kriegen. Meinung Ende. Ein Aspekt, der zurecht jahrzehntelang die Raumfahrt maßgeblich bestimmt hat, ist die Wissenschaft. Da gibt es genug Stoff in 2021 für eine eigene Episode. Ja, da ich auf meinem Kanal hauptsächlich über Raketentechnik berichte, fange ich mal mit meinem Lieblings-Raketenstart einer wissenschaftlichen Mission an. Auf der 3. Der Start der DART-Mission der NASA. Kann man bei dem Namen DART schon fast erahnen, dass da was mit hoher Geschwindigkeit in ein Ziel einschlagen soll? DART steht für Double Asteroid Redirection Test und ist eine NASA-Sonde, die kontrolliert in ein Asteroiden einschlagen soll. Dabei soll erforscht werden, wie sich die Erde vor potenziellen Planetenkillern, also großen Asteroiden, schützen lässt. By the way, große Empfehlung für den Film Don't Look Up. Auf der Nummer 2. Der Start des James-Webb-Space-Teleskops. Wahnsinn. Endlich, nach all den Jahren, ist das fast 10 Milliarden Dollar teure Observatorium auf dem Weg. Bisher verläuft alles nach Plan. Den Start der Ariane 5 habe ich ja zusammen mit Astro-Team gestreamt. Und dieser Stream gehört mit fast 5000 gleichzeitigen Zuschauern definitiv zu den Highlights von zwei Jahren Senkrechtstarter. Moment, der Start des Jahres. Und warum ist James-Webb dann nicht auf meiner Nummer 1? Nun ja, noch kann ja einiges schiefgehen und auch hat Web ja noch keine Bilder geschickt, also noch nicht geforscht. Richtig abfeiern werde ich Web, wenn die ersten Bilder auf der Erde eintrudeln. Wo es dagegen schon Forschungskudos hagelt, das ist die Mars 2020 Mission mit Perseverance und dem Mars Helikopter Ingenuity. Zwar wurde die Mission, wie der Name schon sagt, 2020 zum Mars gestartet, aber am 18.02.2021 gelang die Landung. Und was für eine Landung. Der Skycrane ist somit das coolste, was die Raumfahrttechnik aktuell so zu bieten hat. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Da ist eine Sonde mit 20.000 kmh und bei weit über 1000 Grad in die Marsatmosphäre gedonnert. Der Rover Percy ist kurz darauf Kamikazen-Style von seinem Fallschirm abgesprungen und hat im freien Fall Raketentriebwerke gezündet. Gleichzeitig haben Kameras und Computeralgorithmen den Boden gescannt, um die Position zu ermitteln. Denn auf dem Mars gibt es ja kein GPS. Mit seinem Raketenrucksack ist Percy dann über die Mars-Oberfläche geflogen wie so eine Drohne und hat einen Landeplatz gesucht. Dort angekommen, hat der sogenannte Skycrane aus der Luft den über eine Tonne schweren Marsrover Perseverance mit Seilen zum Marsboden abgeseilt. Bevor der Skycrane mit seinen Triebwerken dann weggeflogen ist und in einiger Entfernung krachend eingeschlagen ist. Und das alles vollautomatisch. Macht Sinn, da die Funksignale fast eine halbe Stunde unterwegs waren. Live-Steuern war da also nicht. Und als wäre das nicht schon der Hammer, hat Percy dann noch einen Hubschrauber abgesetzt. Der kleine Racker Ingenuity hat nun schon fast 20 Flüge auf dem Mars absolviert und damit viel mehr als ursprünglich geplant. Als erstes motorisiertes Flugobjekt überhaupt fliegt Ingenuity in einer Atmosphäre und unter Bedingungen, die auf der Erde so nicht getestet werden konnten. Also du merkst schon, wenn ich an diese Mission denke, da komme ich echt ins Schwärmen. Bevor wir zu den SpaceX-Highlights und meinem Ausblick auf das Jahr 2022 kommen. Hat dir mein Video bis hierher gefallen? Dann nicht vergessen zu liken. Und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, genau, gerne meinen Kanal abonnieren. Denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter und am Wochenende immer meine Raumfahrt-News. Kommen wir also zu SpaceX. Lassen wir mal Starship fürs Erste außen vor. SpaceX hat 20, 21, 31 erfolgreiche Orbitalstarts mit der Falcon 9 hingelegt. Und von den 31 erfolgreichen Orbitalstarts wurden 30 Booster sicher wieder gelandet. Unter diesen 31 Starts waren so aufregende Starts wie die drei Starts mit Menschen. Die Starts der NASA, Crew 2 und Crew 3 mit Matthias Maurer und eben auch Inspiration 4, die erste reine Amateur-Crew. Aber auch Forschungsmissionen für die NASA wie XP und DART, zwei Transporter-Missionen, eine sogar mit 143 Einzelsatelliten. Das ist die größte Anzahl gleichzeitig gestarteter Satelliten überhaupt. Zusätzlich hatten wir 17 SpaceX-interne Starlink-Starts. Und bei diesen 17 Starlink-Starts wurden insgesamt 989 Starlink-Satelliten in den Orbit gebracht. Was die insgesamt gestarteten Starlink-Satelliten auf 1944 erhöht. Und jetzt noch zum Jahresabschluss hat SpaceX den ersten Booster 11 Mal erfolgreich geflogen und wieder gelandet. Dazu noch zwei Starts in unter 16 Stunden und drei Starts innerhalb von drei Tagen. Alles neue Rekorde. Und wir hatten die 100. erfolgreiche Booster-Landung. Alles bevor das auch nur einer anderen Firma oder einem anderen Land gelungen ist. Und das ist alles mit der Falcon 9 erreicht worden. Aber wie du sicher weißt, arbeitet SpaceX mit dem Starship fleißig in der Starbase von Boca Chica an der nächsten Raketen-Revolution. Da passt mein Beitrag für den Jahresrückblick von Dr. Watson ganz gut rein. Meine Zusammenfassung des Starship SN15-Fluges. Ein riesiges Stahlmonster bricht ungebremst durch die Wolkendecke. Plötzlich legt es seine Flügel an, stößt wutschnaubend Flammen aus und dreht seinen über 100 Tonnen schweren Körper schlagartig aus der waagerechten in die senkrechte. Ja, das Starship rast wie ungebremst auf den nur wenige Meter entfernten Strandboden zu. Aber gegen jede Intuition bremsen die Raketentriebwerke das Starship rechtzeitig ab und landen den Prototypen auf dem Landeplatz. Das war dieses Jahr und nur ein Test für die größte und stärkste jemals gebaute Rakete. Die soll in den nächsten Wochen starten und komplett wiederverwendbar werden. Das wäre ein Game Changer, der die Raumfahrt einmal so günstig machen könnte, dass du und ich uns Flüge in den Weltraum leisten könnten. Ja, selbst Elon Musk sagt, es ist noch gar nicht klar, ob vollständige Wiederverwendbarkeit überhaupt technisch möglich ist. So schwierig ist das. Aber allein die Idee, schon die Möglichkeit lässt weltweit Millionen Raumfahrtfans in eine optimistische Zukunft schauen. Erde retten oder Erde verlassen? Ja, lass uns beides tun. Wenn du jetzt denkst, war klar, modealter SpaceX-Fanboy hört mit SpaceX auf, wird es dich vermutlich verwundern, dass für mich 2021 das Jahr der chinesischen Raumfahrt war. Ich denke, nicht nur mir wurde 2021 klar, wie fähig und ambitioniert die chinesische Raumfahrt ist. Das kann man daran erkennen, dass China mal wieder die meisten Orbitalraketenstarts hingelegt hat, übrigens das vierte Jahr in Folge, aber auch wie sehr der Abstand vergrößert wurde. Während Europa gerade einmal auf sechs Raketenstarts kam, die Soyuz-Starts für Ariane Spass nehme ich mal aus, hat China im gleichen Zeitraum mit 53 erfolgreichen Starts beinahe neunmal so viele Raketen gestartet. Aber auch Russland mit 24 erfolgreichen Starts spielt schon lange nicht mehr in der gleichen Liga wie China. Auch die USA hatten mit 45 Starts deutlich weniger erfolgreiche Raketenstarts als das Land der Mitte. Aber es geht ja nicht nur um die Anzahl der Raketenstarts, sondern auch, was gestartet wird. Da sticht mit Sicherheit der Start des ersten Moduls der chinesischen Tiangong-Raumstation mit der Langmarsch 5 heraus. Die Station ist aktuell mit der zweiten Crew besetzt, die auch den weiteren Ausbau begleiten wird. Eines unter vielen Highlights rund um die chinesische Raumstation, das ist der erste Weltraumspaziergang einer chinesischen Taikonautin. Ich weiß, ich nerve, aber steht der Tropfen Öl den Stein. Hier muss nochmal daran erinnert werden, dass noch keine deutsche Astronautin im All war. Kein Land, das mehr als drei Menschen ins All geflogen hat, außer Deutschland, hat ausschließlich Männer ins All geschossen. Aber 2022 werden ja die neuen ESA-Astronauten und Astronautinnen bekannt gegeben. Aber zurück zur chinesischen Raumfahrt. Mein Highlight der chinesischen Raumfahrt war die Landung des Mars-Rovers Tianwen-1. Das muss man sich mal vorstellen. Landungen auf dem Mars gelten als extrem komplex. Nur etwa ein Drittel der versuchten Mars-Landungen sind bisher überhaupt gelungen. Und China gelingt das einfach mal so im ersten Versuch. Übrigens als erste Nation nach den Amerikanern überhaupt. Das ist schon fast frech. Und nein, die sowjetische Landung 1971 zähle ich nicht als erfolgreiche Landung, da die Sonde nur 20 Sekunden Daten übertragen hat. Noch dazu hat China einen vollwertigen Rover auf den Mars gebracht. Das ist dann doch, wie man hier im Norden sagt, anderer Schnack als nur eine Sonde zu landen. Ich denke, rückblickend wird 2021 als das Jahr gelten, in dem China als staatlich betriebene Raumfahrt die internationale Führung übernommen hat. Ich betone extra staatlich, da SpaceX technologisch noch weit vor China liegt. Zwar kann die amerikanische staatliche Raumfahrt auf diese Fähigkeiten zurückgreifen. Nichtsdestotrotz ist SpaceX aber ein privates Raumfahrtunternehmen und eben keine staatliche Raumfahrt. Wenn wir gedanklich von den 45 US-Staats die 30 SpaceX-Staats abziehen, gibt die amerikanische Raumfahrt im Vergleich zu den 56 chinesischen Staats ein ziemlich klägliches Bild ab. Aber zurück zu China. Wie konnte das passieren? Also ich sehe die Entwicklung natürlich nur durch die westliche Brille und als YouTuber und nicht als Insider. Aber meine Vermutung ist, es liegt an einer Kombination aus dem politischen Willen und der ambitionierten, aber gut durchdachten, aufeinander aufbauenden Ziele über einen verhältnismäßig langen Zeitraum. Ein interessantes Zitat habe ich auf Twitter gefunden. Yang Hong, Chefdesigner der Chinesischen Akademie für Raumfahrttechnologie, beschreibt ein Erfolgsgeheimnis der chinesischen Raumfahrt wie folgt. Die langfristige internationale Blockade hat uns gezwungen, selbst innovativer zu werden. Was auch direkt schon tief blicken lässt, wie es weitergehen wird. Man wird nicht auf internationale Partnerschaften angewiesen sein. Zwar bemüht man sich, internationale Partner in seine Programme mit reinzunehmen, wie auch die Einladung anderer Nationen auf die chinesische Raumstation zeigt. Aber dabei geht es meiner Meinung nach mehr darum, die Errungenschaften noch besser in der Propaganda nutzen zu können. Seht her, die europäische ESA fliegt zu unserer glorreichen Raumstation. Ähnlich machen das übrigens auch die Amerikaner. Dass Europa am Artemis-Programm beteiligt ist, war keine finanzielle oder technologische Notwendigkeit, sondern ist eine Lebensversicherung für das hochumstrittene SLS-Programm. So nach dem Motto, ja, wir müssen das Ding fertig bauen, unsere ESA-Partner verlassen sich doch auf uns. Ja, Politik. Bei allen guten Kooperationen darf man nicht unterschätzen, wie abhängig sich Europa gemacht hat. Während Josef Aschbacher überhaupt kein Problem damit hatte, namentlich gegen Elon Musk und Starling zu wettern, habe ich an anderer Stelle nichts von ihm gehört. Als der russische ESA-Partner dieses Jahr einen Antisathelitentest veranstaltet hat und damit bewusst den Zugang zum All für alle Menschen der Welt gefährdet hat, hat er Russland mit keinem Wort erwähnt. Das war für mich übrigens einer der deprimierendsten Momente in meinem Raumfahrtjahr 2021. Ich schätze Josef Aschbacher für seinen unermüdlichen Einsatz für die europäische Raumfahrt wirklich sehr. Aber bei aller persönlicher Sympathie wurde mir bei diesem russischen Asad-Test klar, dass ein ESA-Generaldirektor eben doch wie ein Politiker reden muss und nicht wie ein Raumfahrt-Fan. Apropos Raumfahrt-Fan, eine Firma, die sich vermutlich sehr viele Freunde gemacht hat, nicht eingeschlossen, ist das Raketen-Startup Astra. Astra hat ja mittlerweile erfolgreich einen Orbit erreicht und ist damit in dem noch sehr exklusiven Club der Privatfirmen, denen das gelungen ist. Das ist zwar sehr beeindruckend, aber seien wir mal ehrlich, das größte Highlight war der Powerslide am 28. August. Ich glaube, ich lege mich da fest, das war der spektakulärste Raketenstart, den ich je gesehen habe. Bevor wir uns ansehen, was nächstes Jahr an spektakulären Starts auf uns wartet, schauen wir noch kurz auf sehr persönliche Senkrecht-Starter-Highlights. 2021 war auch das Jahr, in dem Senkrecht-Starter die Couch verlassen hat und plötzlich immer schneller gewachsen ist. Mittlerweile hat Senkrecht-Starter über 26.000 Abonnenten und mehr als 2 Millionen Aufrufe erzielt. Ich durfte Raumfahrtfirmen besuchen und spannende Interviews führen. Außeneinsätze führten mich zur Fabrikeröffnung der Rocket Factory Augsburg. Bei der OHB in Bremen konnte ich sehen, wie Satelliten gebaut werden. Am Zahm-Fallturm durfte ich Schwerelosigkeitsexperimente begleiten. Die Studentengruppe High-End in Stuttgart hat mich Raketentreibstoff mischen lassen. Ich konnte mir das Hybrid-Raketen-Startup High Impulse in Neuenstadt ansehen. An einem DLR-Prüfstand in Lampolzhausen hat es mir fast die Ohren abgerissen. Der Laserkommunikationsspezialist Mineric hat mir seine Labore geöffnet und ich durfte mit dem ehemaligen SpaceX-Ingenieur Bülent-Altern über die Zukunft der Raumfahrt sprechen. Das war ein total verrücktes Jahr und ich freue mich so sehr, dass ein Kanal, dessen Hauptkonzept Begeisterung und Neugier ist, so gut bei euch ankommt. Vielen Dank an die vielen Senkrecht-Starter, die den Kanal schon so lange begleiten und herzlich willkommen alle neuen Raumfahrt-Fans auf Senkrecht-Starter. Ihr dürft euch auf eine großartige Zukunft der Raumfahrt freuen. Aber genug von Senkrecht-Starter, zurück zu den Raketen. Was hält 2022 für uns bereit? Ja, wir werden wohl eine Menge Raketen-Jungfernflüge sehen. Gehen wir da mal durch. Groß-orangen-Rakete, SLS der NASA eventuell im März. Starship von SpaceX, frühestens im März, da das FAA-Gutacht noch aussteht. Vulcan Centaur von ULA, ja, sollte Jeff Bezos bzw. Blue Origin endlich Triebwerke liefern. New Glenn, hm. Ein Start war für 2022 angekündigt, aber in Anbetracht der aktuellen Triebwerkssituation halte ich es für hochunwahrscheinlich, dass die erste Orbital-Rakete von Blue Origin noch 2022 starten wird. In Europa haben wir den Erstzug der Vega C und eventuell die Ariane 6 im Sommer. In Japan erwartet man den Start der H3 von Mitsubishi Heavy Industries, die der Ariane 6 gar nicht so unähnlich ist. Und das waren ja jetzt nur die großen Raketen-Starts. Es sind bestimmt 20 Erststarts von Kleinträgern angekündigt. Darunter so Namen wie die Terran-1 von Relativity Space, die Prime-Rakete von Orbex aus UK, die Rocket 4 von Astra, die Spektrum von Isar Aerospace und allein in China sind sieben Erstflüge von chinesischen Raketen-Startups angekündigt. Aber auch Südkorea, Kanada, Brasilien, Indien und Australien wollen mit neun Raketen einen Orbit erreichen. Du siehst schon, es wird ein spannendes Jahr. Ich sag's ja immer wieder, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Bevor es in die Verabschiedung geht, ganz großes Dankeschön an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Für euch gibt's als kleines Dankeschön alle Senkrechtstarter-Videos vorab und ohne Werbung. Und ich hab mir für euch ein paar Specials überlegt, in denen ich euch demnächst zeige, wie eigentlich so eine Senkrechtstarter-Episode entsteht, wie ich das neue Studio gebaut hab und wer eigentlich das Senkrechtstarter-Logo gemacht hat. Das mit dem kleinen Nischenkanal stimmt ja langsam nicht mehr. Das mit dem feinen Nischenkanal ist aber hoffentlich keine Übertreibung. So oder so, ihr helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Vielen, vielen Dank. Besonders bedanken möchte ich mich namentlich bei TB, Danny Neumann, Simson Forever, Andreas Biller, DJ The Music, A.B. Klang, Hut mit Frosch, Heller Samstag, Christian160, Carrie Dodd, Frank Hartung, Daniel Stäuble, Jan Klart, Sven, Frank Mößner, Marco Kunert, 5Gerade.de Bastian, Andreas Scharf, Garrett Alfter, Interdisziplinär, Markus Hildenhagen, Maximilian, Mike TTAS, Online Nelly, Steffi Schön, Thomas Langkabel und Tömmi. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich geht ein fettes Dankeschön an die Discord-Admins und guten Geister des Hashtag Team Space, Patrick, Roman und Martin. Ihr seid großartig. Aber auch an die Mods, Adegan und Hauke und das gesamte Discord-Recherche-Team. Bei Felix von Whataboutit möchte ich mich für sein Mentoring bedanken. Großes Dankeschön geht an Toni, Sirwan und Thorsten für die exzellente Vaterschaftsvertretung. Auch möchte ich mich bei meinem Lieblings-Exceler-Raketen-Nerd und tollen Skriptpartner, Eneas bedanken. Euch allen ein fettes 2022. Immer schön sehendlich bleiben. Euer Mo.